Willkommen zurück Freunde bei Gothic 2. Wir sind im zweiten Kapitel angekommen, haben natürlich jetzt einiges zu erledigen, aber kommen wir erstmal zu dem Schriftstück, was wir nämlich das letzte Mal erbeutet hatten, bevor wir in Kapitel 2 reingekommen sind, denn wir haben Lemas Schuldenbuch gefunden. Und ich hab mir das natürlich mal eben kurz offscreen angeguckt, wem es denn am besten wäre, das Buch zu geben. Aber kommen wir erstmal zu Geschäfte und Schulden. Ich, Meister Torben, Schreiner von Korines, schulde dem Ehrenwerten Herrn Lemar 200 Goldmünzen, gezeichnet Torben. Ich, Karagor, Wirtin Korines, schulde dem Ehrenwerten Herrn Lemar 150 Goldmünzen, gezeichnet Karagor. Und natürlich ich, Hanna, Besitzerin des Hotels Korines, schulde Herr Lemar 250 Goldmünzen, gezeichnet Hanna. Also, Lemare. Naja, egal. So, und wir werden auf jeden Fall eben kurz hingehen zu den guten Torben. Und erstmal, die Triche können wir gleich machen. Ich hab hier Lemars Schuldenbuch. Woher hast du es? Das sollte dich weniger interessieren, als die Tatsache, dass dein Name drin steht. Ja. Gib es mir! Was bekomme ich dafür? Ich hab kein Geld übrig und kann dir nichts geben, außer meinem Dank. Oh, das ist aber schade. Aber wir haben die Erfahrung bekommen. Kannst du mir Dietriche verkaufen, wenn ich noch welche habe? Ja, hast du doch bestimmt. Wir sind in Kapitel 2. Und das Besondere ist, wir nehmen natürlich die Dietriche mit und er hat das Schuldenbuch. Fragt mich nicht warum. Wir werden es aber wieder zurückkaufen für 100 Goldthaler. Und werden damit selbstverständlich weitergehen. So, des Weiteren habe ich natürlich auch geschmiedet. Deswegen Harad. Ist jetzt schon eine Weile her, dass du das letzte... Ja, ja, wir haben uns rumgetrieben. Und zwar... Achso, arbeitest du immer noch? Ne, komm, dann machen wir das gleich mit dir, ne? Dann gehen wir nämlich jetzt mal zu den guten Wirt. Jops, so soll es sein. Und die Ornamente können wir jetzt auch zurückbringen, ne? Valentino konnte letzte Nacht seine Zeche nicht bezahlen. Aha. Er hat irgendwas gefaselt. Er wäre ausgeraubt worden und würde später bezahlen. So was. Und? Was hast du gemacht? Na, ich habe ihm eine ordentliche Tracht Prügel verabreicht. Was sonst? Jawohl. Sehr schöne Sache, ne? So, und zwar... Ähm, hier, nimm diesen Ring. Ja, hier. Hier, nimm diesen Ring. Was? Ich verstehe nicht. Er gehörte Valentino. Du kannst ihn ja an den Nächsten weitergeben, der ihm eine Tracht Prügel verabreicht. Natürlich, warum denn nicht? Wenn das so, ne? Im Brauch ist ein Kurin, das machen wir halt auch. Schön. Ich weiß zwar nicht, was das für ein Ring gewesen ist, aber egal. Erstmal Geldbeutel. Herr damit. Dann haben wir hier ein Buch. Schau mal, was ich hier habe. Hä? Das ist das Schuldenbuch von Lema. Was hast du damit vor? Naja, ich würde mal sagen, hier, ne? Hier hast du das Buch. Danke. Du hast mich gerettet. Lema kann ziemlich ungemütlich werden. Hier, nimm das als Belohnung. Es ist der letzte Schluck. Ach genau, und das besondere Bier, dazu kommen wir gleich. Das erhöht nämlich unser Leben und in dem Sinne auch... Oh, Schinken brauchen wir. Gib mal den Schinken. Äh, erhöht unser Leben und unser Mana. Dauerhaft. So, Schutz vor Waffen 3. Ja, da brauchen wir nicht, aber ich hätte gern das Buch wieder, weil damit werden wir jetzt zu der guten Hanna rennen. So soll es sein. So, pass mal auf. Ne? Die liebe Hanna, die war nämlich immer ganz, ganz lieb zu uns, deswegen... Achso, wir sind jetzt Kapitel 2. Kriegen wir eine Weissagung? Sind die Wälder und Wälder und Wälder in der Umgebung der Umgebung. So, erst mal Hanna. Meine Liebe. Und zwar... Oh, es wäre gewagt, den... Okay, warte mal. Das machen wir natürlich mal eben hier, ne? Auf die Schnelle. Oh, wir sind schon bei 60. Auch nicht schlecht. So, Hanna. Erst mal dein... Gib mal her. Dein Goldbeutel. Es hat funktioniert. Sehr schön. So. Tja, und jetzt haben wir natürlich wieder einen Schlüssel bekommen, ne? Oder so. Keine Ahnung. Es sind fast alles fahrende Händler vom Markt. Aha. Denk nicht mal dran, dich an ihren Sachen zu vergreifen. Jaja, das wissen wir ja, ne? Und ein paar Fragen zur Stadt haben wir auch nicht. So, Dalle. Ach, Freunde, ist ja schön. So, kriegen wir eine Weissagung? Halt mal die Klappe da hinten. Kannst du mir eine Weissagung geben? Ja, die Zeit ist vorangeschritten. Und ich werde dir für ein paar Münzen eine Weissagung geben. Ja, dann gib mal her. Wie verhältst du? Für bescheidene Hundert Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. Oh, jetzt will der Hundert haben? Egal. Erzähl mir von der Zukunft. Gut. So, der Tapferkeit. Ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit? Der, der sich eines Verbrechens schuldig macht. Ein Soldat. André zu melden. Er wird dich brauchen. Er wird dich brauchen. Er wird dich brauchen. Ein schrecklicher Mord. Das Auge. Die finsteren Schergen. Sie kommen. Sie suchen nach dir. Ein Wächter wird fallen. Doch werden sich die drei vereinigen. Erst dann wirst du erhalten, was dir zusteht. Das war alles. Mehr kann ich nicht sehen. Na toll. Ja, noch eine geht nicht, ne? Kannst du mir noch eine Weissagung geben? Oh, Sohn der geheimnisvollen Zukunft. Erst wenn die Zeit... Ja, blablub, blub, 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 blub. Kennen wir ja. Die drei werden sich vereinen. Freunde, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Was meint er denn mit der drei? Mit der drei. Die drei werden sich vereinen. Na gut. Wir gehen natürlich hier erstmal Stück für Stück weiter. Kapitel zwei, ne? Hey. So, pass mal auf. Und zwar... Malou? Ich bin auf der Suche nach neuen Rezepturen für Tränke. Hast du bereits Erfahrung mit der Alchemie? Ja. Habe ich. Und du lebst noch? Das sind schon mal gute Voraussetzungen. Das ist doch gut. Ich denke, ich kann dir einige Rezepturen verraten. Es kommt natürlich darauf an, was du wissen willst. Da kommt drauf an, was du kannst. Cool. Welche Rezepturen kannst du mir beibringen? Ich kenne einige. Triff deine Wahl selbst. Okay. Hab vielen Dank. Ein Elixier der Stärke. Die gute Kreuzerhexe, die süße Sagitta, gibt uns Geschicklichkeit. Konstantino gibt uns Stärke. Das ist schon mal gut zu wissen. Das ist sehr gut. Exzellent. So. Es wäre gewagt, seinen Geldbeutel zu stehlen. Ist mir egal. Wir müssen das leider machen, Freunde. Weil, wenn das nämlich nicht funktioniert, dann gibt es auf die Finger. Und zwar... Ne? Groß. Jawohl. Aber es hat geklappt. Und wir kriegen immer mehr Erfahrung. Das finde ich richtig gut. Zeig mir deine Ware. Genau. Denn ich will mal gucken, was du so hast. Heilpflanze, Heilkraut, Feuernessel, Dunkelpilze. Die gibst du mir. Ja, und zwar alles. Snapperkraut jetzt vielleicht nicht. Boah, der hat Feldknöterich, ne? Boah, sind die teuer. Boah, wir haben schon gar kein Gold mehr, ne? Was hat er hier? Genau. Das habe ich nämlich auch gehört. Wir werden mal die göttliche Kraft der Gistir, ne? Werden wir mitnehmen? Da kriegen wir nämlich, meine ich, einen Bonus auf Mana. So soll es gewesen sein. Aber ich weiß nicht, ob wir die mitnehmen sollen. So hier. Und jetzt haben wir kein Gold mehr. Klasse. Au, Mann. Tja, Freunde, ist aber kein Problem. Denn wenn wir bei den Söldnern sind, können wir nämlich schmieden. Und erstmal geben wir dem guten Bennet unsere Schwerter, die ich noch geschmiedet hatte. Hey, da bist du ja wieder. Ja. Ne? So, pass mal auf. Und zwar im Kinderspiel. Dann gib mal her. Jawohl. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Ja. Gut. Gib her. Wie viel haben wir denn? So, und hier hast du deinen Lohn. Boom. 3000 Gold. Shit. Da hätten wir uns eigentlich die Bücher kaufen können. So viel Geld hatten wir, ne? Arbeitest du immer noch für die Paladine? Ich habe den Auftrag von Lord Hagen beendet. Ich stelle jetzt für ihn Erzklingen her. Allerdings gegen Bezahlung. Nebenbei habe ich aber auch wieder Zeit, ein paar Waffen für die Händler am Marktplatz anzufertigen. Wenn du also eine gute Klinge suchst, solltest du mal dort vorbeischauen. Das machen wir doch gerne, wenn es da überhaupt etwas Gutes gibt, ne? Aber Erzklingen, Freunde. Erzähl mir mehr über die Erzklingen. Erzklingen herzustellen ist ein sehr aufwendiger und teurer Prozess. Aber das Ergebnis ist eine leicht zu führende Klinge, die praktisch unzerstörbar ist. Die Klinge an sich ist zwar von guter Qualität, aber erst in den Händen eines Paladins zeigt sich ihre wahre Macht. Die Schwerter der Paladine werden Innos geweiht. Dadurch wird aus der Erzklinge eine magische Waffe, die unvergleichlichen Schaden anrichtet. Und was ist mit, mit, mit Söldnern? Ich möchte eine Erzklinge kaufen. Ich darf nur den Paladinen eine Erzklinge verkaufen. Und selbst dann nur eine einzige. Achso, okay. Wie, die Paladine kriegen eine besondere Waffe und wir nicht? Schon im zweiten Kapitel? Das kann doch nicht sein. So, natürlich kann er uns alles andere beibringen. Und stärker werden wollen wir natürlich auch nicht. So, wie sieht es mit dir aus? Hast du ein paar Rohlinge für uns? Das wäre gewagt. Schon wieder. Oh Mann. Nee, Freunde. So is it. Ich glaube, ich werde das auch einfach mal offscreen machen. Dann laufe ich einmal von oben bis unten alle Leute, die einen Namen haben und bekläue die. Aber wollen wir mal gucken. Ja, hat geklappt. Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte... Wir wissen, was du verkaufst. Er hat einen Rohling dabei. Sag mal, ihr seid echt arm, was das Eisen angeht hier, ne? Die Söldner sehen da irgendwie besser aus. So, hier ist die Stadtwache. Ähm, ja, Freunde, Kapitel 2. Was willst du denn da noch machen? Was willst du denn da noch machen? Wir könnten uns mit Laris unterhalten. Die Blutkelche haben wir eh nicht. Was ist mit dir? Na, meine Hübsche? Zeig mir deine Ware. Ja. Ja, hat leider keine Äpfel dabei. Da halte ich natürlich immer ein bisschen Ausschau. Hm. Na gut, also Laris, pass auf. Hey, you. Nee. Die verschwundenen Leute haben wir doch fertig. Wegen der verschwundenen Leute. Ach so. Ich weiß, wo die vermissten Leute geblieben sind. Ach. Der ehemalige Erzbaron Raven hat sie verschleppen lassen. Bist du sicher? Dann müssen wir sie da rausholen. Ich arbeite dran. Na gut, aber du weißt ja, wenn du meine Hilfe gebrauchen kannst, dann weiß ich, wo ich dich finde. Schon klar. Gut, haben wir das nämlich dann auch schon mal erledigt. Ja, was beibringen brauchen wir eigentlich nicht. Das heißt, wir können... Können wir uns den Wassermagiern anschließen? Vielleicht können wir uns den Wassermagiern anschließen. Aber erstmal gucke ich mal eben kurz in unserem Questjournal. Was haben wir denn noch? Ja, die Beweise, Blutkelche, Snapperkrallen, wie auch immer wir da an irgendwelche besondere drankommen sollen. Teleportersteine machen wir jetzt gleich auch. Ach genau, die goldene Schale. Freunde, ich habe es total vergessen. Wir laufen die ganze Zeit mit der Schale rum. Und ich habe vergessen, wem die Schale gehört. Aber jetzt passt mal auf. Der ist doch nichts anderes als er hier. Ne? So, pass auf. Und zwar... Es wäre gewagt, seinen Schlüssel zu stehlen. Oh, wir hatten ja gespeichert, ne? Gib mal her, ja. Jawohl. Ein Schlüssel. Ich habe die Schale gefunden, die Lucia dir gestohlen hat. Ja. Großartig. Das wurde aber auch Zeit. Ist doch cool, ne? Hm. Wie sieht's aus mit Findernum? Du kannst dich mit einem meiner Mädels umsonst verknüben. Ist das nichts? Naja. Naja. Ne. Junge, Junge, Junge. Ist ja gut. Okay, dann... Ja, komm hier. Abgemacht. Hier deine Schale. Danke. Geh zu Nadja. Sie wird dich nach oben begleiten. Wie, jedes Kapitel dürfen wir einmal dann über Nadja drübersteigen, oder wie? Das machen wir natürlich nicht, ne? Nadja war eine schöne Nacht, aber... Das reicht einmal. So, ähm... Mit dem könnten wir uns noch unterhalten. Ja, vielleicht hat er neue Fische dabei. So, pass mal auf. Und zwar... Zeig mir deine Fische. Oh, der hat nichts Neues dabei. Nur Stinkefische. Schade. Gut. Ähm... Dann laufen wir halt mal zu dem guten Batras und gucken mal, ob wir uns den, ähm... Wassermagiern anschließen können. Das wäre nämlich ziemlich cool. Ach nee, Moment. Der Kollege da, der Schiffsbauer da. Wir wissen, warum die Paladine hier sind. Mal gucken. Vielleicht können wir dem noch eine Information geben. Und zwar... Im Kinderspiel. Zack. Ich weiß, warum die Paladine hier sind. Jawohl. Wirklich? Erzähl. Die Paladine sind hier, um das magische Erz aus dem Minental zu holen. Nicht, weil die Orks die Stadt angreifen wollen. Sobald sie das Erz haben, werden sie wieder zum Festland zurückkehren. Danke für die Informationen. So wie es aussieht, haben wir alle Zeit der Welt, um unser Schiff zu bauen. Ja, ist doch cool, oder? Tada! Haben wir das nämlich auch fertig. So, weil wir hier schon sind bei den Karten, ähm... Die lassen sich ja alle so beklauen, ne? Zeig mir deine Karten. So, hat er was Neues dabei? Die Stadtkarte. Die Karte der heiligen Schreine. What? Nö, die nehme ich nicht. Komm spät dann nochmal wieder. Ja, ja. Warum kriegen wir denn eine Karte der heiligen Schreine? Aber egal. So, Freunde, wir gehen jetzt erstmal zum Vatras, ne? Ich meine, es ist ja schön, dass wir uns mit allen unterhalten. Das eine oder andere werden wir so und so noch mitnehmen, ne? Aber jetzt gucken wir uns erstmal in aller Ruhe um. Wir müssen nämlich so und so noch zum Marktplatz. Aber ich will jetzt wissen, ob wir Wassermagier werden können. Oder uns in dem Sinne dem Ring des Wassers zur Verfügung stellen können. Ja, und der Valentino, der hat es richtig ins Gesicht bekommen, der Gute. So, pass mal auf. Ich habe eine Botschaft für Meister Iskarot. Er ist der Wächter des Schreins vor dem Kloster. Was? Wenn du diesen Weg für mich gehst, kannst du deine Belohnung selber wählen. Äh, äh, Logo. Ich mach's. Gut, dann nimm die Botschaft und wähle eine dieser Spruchrollen. Wenn du die Botschaft überbracht hast, werde ich dich angemessen entlohnen. Okay, wir kriegen jetzt, äh, ich wähle die Heilung. Lichtzauber brauchen wir nicht, dafür gibt's Fackeln und Eisfail ist eh blöd. Ich wähle die Heilung. Gut, dann mach dich nun auf den Weg zum Meister Iskarot. Ja, der Iskarot ist doch vor dem Kloster, ne? Das wissen wir doch. Ei, ei, ei. So, hier. Ich habe noch eine Steintafel für dich. Ja. Gut, hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. So, und jetzt pass mal auf, mein Guter. Jetzt gehen wir erstmal auf mehr. Ähm, kannst du mich heilen über die Gürtel, magische Kraft steigern, Adenos spenden? So, jetzt aber. Ich bin bereit, mich dem Ring des Wassers anzuschließen. Dann hast du Lord Hagen deine Nachricht gebracht? Ja. Aber er hat mich ins Miental geschickt, um einen Beweis für meine Worte zu bringen. Du musst entscheiden, was du als nächstes tun willst. Mir war nur wichtig, dass er die Nachricht erhalten hat. Jetzt liegt es an ihm zu handeln oder auf deinen Beweis zu warten. Was dich betrifft. Du hast bewiesen, dass du unverzichtbar für uns bist. Du sollst zu unseren Kindern gehören und in unserem Namen in die Welt hinausgehen, um Adenos Wille zu vollbringen. Ich übergebe dir deinen Ring des Wassers. Möge er dir dienen, deine Verbündeten zu finden und mit ihnen gemeinsam das Gleichgewicht dieser Welt zu erhalten. Adenos möge dich schützen. Geh nun hin und triff dich mit deinen Brüdern. Sie werden dich in der Taverne zur toten Harpia erwarten und dich in unsere Gemeinschaft aufnehmen. Die Taverne wirst du kennen. Sie liegt auf dem Weg zu Onas Hof. Vergiss nicht, deinen Ring zu tragen, damit deine Brüder dich als einen der ihren erkennen. Achso, achso ist das, ja. Okay, das heißt, wir gehören jetzt dazu. Jetzt wollen wir natürlich direkt mal gucken. Erstmal vergessen wir mal den Schutz. Wir werden auf jeden Fall den Gürtel der Gewandtheit tragen. Und wir haben ja zwei Ringe bis dato an, ne? Ringe der Kraft mit Stärkebonus. Den werden wir ablegen. Und Innos. In seiner Weisheit Tates. Der Ring gehört mir. Jawohl. Jetzt gehören wir zum Ring des Wassers. Ne? Für Adenos. Damit könnten wir eigentlich direkt mal zu Larus gehen. Oder gehört hier noch jemand dazu? Der Cavalorn. Cavalorn. Bist du noch hier? Jawohl. So, ach hier. Ich habe das fehlende Ornament von Lord Hagen bekommen. Genial. Siehst du, hatte ich mir doch gedacht, dass die Paladines hatten. So nichts sein konnte. Kein Licht. Und keine Dunkelheit. Oh, 44 Gegenstände erhalten. Und Fähigkeiten erlernen. Ja gut, der Cavalorn hat das anscheinend mitbekommen, ne? So, dann gehen wir mal runter zu dem guten Larus. Da bin ich ja mal gespannt, was der sagt, weil wir tragen ja jetzt so einen Ring schon. Aber Freunde, die zwei Bücher, ne? Von dem Händler da oben, das sind 10.000 Gold. Da müssen wir uns einige Male schlafen legen, wenn wir bei den Söldnern sind, ne? Weil ich meine, der hat immer nur, wenn wir uns einmal schlafen legen, hat der Bennett irgendwie Eisen für uns dabei, weil die Bücher, die will ich unbedingt haben. Aber wir haben auch eigentlich noch genug Schätze, ne? Ah ja. Hier ist ein Aguamarin-Ring. Genau. Da hast du ja nochmal Glück gehabt. Ich dachte schon, du hättest ihn verloren. No. Ne, um Gottes Willen. Genau. Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Jetzt willst du sicher deine Ausrüstung haben. Gut, pass auf. Wir haben bald ein geheimes Treffen in Orlands Taverne. Komm sobald du kannst dorthin. Wir werden dir deine Ausrüstung dort aushändigen. Okay. Wow. Coole Sache. Das ist ja mal eine coole Sache. Ja, dann wissen wir ja, was wir machen müssen, ne? Ach, erzähl mir nicht sowas. Zu den Magiern will ich so und so auch noch. Klare Sache, Freunde. Aber die Bücher, die gehen mir jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf. Wir haben natürlich extrem viel Kram dabei, aber da will ich euch nicht mit langweilen. Da werden wir, ich werde, glaube ich, unseren ganzen Kram, den wir haben, mal offscreen verkaufen und mal gucken, wie viel Gold wir dann eigentlich haben. Ich meine, wir sind ja jetzt eh Richtung Händler unterwegs. Und bis dato hat ja alles so ziemlich gut geklappt, muss man so sagen. Jetzt unterhalten wir uns natürlich mit den restlichen Leuten. Hey, you! So, gibt's bei dir was Neues? Äh, nö, gibt's natürlich nicht, ne? Der Wirt hat, meine ich, so und so nix. Obwohl, können wir dich beklauen? Ja, 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 ja. Wissen wir ja, ne? So, was mit euch hier? Na, Ulf, wie ist es? Einfach, gebär. Jawohl, zack. Ende im Gelände. So. Rengar, ähm, einfach seinen Schlüssel zu stehlen. Wir haben mal Turmschlüssel erhalten. Ja, willst du noch ein Bier? Krieg's aber nicht. Mein Bier. Tja, das freut mich doch. Jetzt gehen wir... Komm, gehen wir mal eben kurz hoch. Wer weiß, ob wir hier irgendwas Schönes haben? La, la, la. Mal gucken, was der Lord André so zu sagen hat, ne? So, was mit dir? Alles klar? Es wäre gewagt, seinen Geldbeutel zu stehlen. Ja, ja, ja. Genauso etwas dachte ich mir nämlich schon. So, hallo, Lord André. Wie ist es dir denn, ne? Wir haben nämlich... Oh, wegen der Diebesgelde. Wir können die Diebesgelde hier verpfeifen. Das mach ich aber nicht. Das will ich nicht. Das Kopfgeld? Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Wen haben wir denn? Ich komm später wieder. Wir haben gar keinen. Alles klar. Ja, dann hier. Wie ist die Lage in der Stadt? Alles unter Kontrolle. Aha. Ja, und mehr gibt es nicht. Die Diebesgelde, die werden wir nicht verpfeifen. Nö. Ich mag die eigentlich. Und solange wir noch die, ähm... Aufgabe offen haben mit den Blutkältchen, werde ich einen Teufel tun. Aber Freunde, das soll's mal wieder fürs Erste gewesen sein. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. 婚